Herzlich Willkommen zurück bei Civilization. Wir drücken gleich mal auf nächste Runde und gucken mal was wir in der letzten Folge so gemacht haben. Ist schon wieder ein Weichen her die Aufnahme. Wir haben Mandiere eingenommen, sind auf dem Weg nach Asraya und wir haben hier eine Kolonie, weil wir Erdöl brauchen. Was ist denn da passiert? Das ist ja nicht das, was passieren sollte. Ist überall Miasma, aber wir versuchen es einfach mal ganz entspannt. Oh, die Aliens. Na, ob wir das überleben. Einfach mal testen. Ferneingriff. Greif an, komm. Sehr gut. Du greifst auch an. Du möchtest dich angreifen. Dann erst in Stellung bringen und angreifen. Oh, was ein Schaden. Ja, dann sollte es vielleicht doch reichen, wenn die eine Art Hilerie nicht mehr kann. Was machen wir denn mit dem hier? Theoretisch müsste der da hin. Dann gehen wir hier hin. Verschanzen können wir uns nicht weiter. Noch irgendwelche Sachen, die man tun könnte. Ne, wir müssen abwarten. Na, dann geht's weiter. Ja, Wochenende bin ich mal wieder nicht zu Hause. Wir sitzen nicht jedes Wochenende. Daher fällt Aufnehmer wieder flach. Ich hab jetzt aber eigentlich auch schon vorproduziert. Zumindest BOW hat jetzt 16 Folgen, die fertig aufgenommen und gerendert sind. Handelseinheit zerstört. Auch nicht schon wieder. Ja, das ist dann der nächste Punkt, wo wir hinlaufen mit unseren Einheiten. Einfach mal gucken, was die von uns wollen, die von den Toten. Greif mal bitte an. Achso. Ich würde sagen, du wirst aufgewertet. Machst dafür aber einen Blick weg. Du greifst direkt mal an. Du greifst nicht an. Nein. Dafür gehst du bitte da hin. Du gehst da hin. Und ihr kommt nach dort nicht mehr. Na, dann kommt ihr halt nicht nach dort. Ach, sowas Dummes. Wie sieht's denn hier aus? Bedeutender Siegner, dann mach den mal weg. Ein bisschen Erfahrung sammeln. Ihr habt ja auch nichts zu tun, dann kannst du ihn mal weiter erforschen. In den Norden. Und ihr. Unbedeutend. Unbedeutend. Dann halt ein unbedeutender Sieg. Ach, ich glaub die hier sind schon aufgewertet. Ich glaub das Geld sparen wir für Gongrennen. Oder sollten wir es investieren in... Hohanle. Ich glaub ich investiere das mal um hier so ein paar Wassergebiete mit zu holen. Ein bisschen müssen wir auch... Nahrung kriegen. Offene Grenzen. Natürlich. Bin ich einverstanden. Ja, sind wir dran? Na. Oh. Aua, aua. Egal, die Einheit ist weg. Und wir kriegen einen Veteranen-Status. Die Artillerie kann sich jetzt mal ein bisschen entspannen. Ihr werdet besser und auch Entspannung. Du greifst da mal bitte an. Ihr entspannt euch. Und ihr... Geht mal da wieder hin. Okay. Produktion wählen. Was wird uns denn hier vorgeschlagen? Eine Reparaturanlage. Käffiger. Vier Künstler. Nein. Institut. Nein. Hm. Das Netzwerk. Die Stadt braucht noch. Okay. Aber in Huanle können wir doch sicher mal ein paar Felder kaufen. Zum Beispiel dieses hier. Da gibt es auch wieder Nahrung. Und das sollte reichen, oder? Ach, ne. Komm. Jetzt reicht es aber. Hier können wir hier noch ein Feld kaufen. Ach, schade. Ich dachte, das könnten wir eventuell kaufen. Die Algen können wir dort auch nicht kaufen. Nichts können wir machen. Und hier haben wir irgendwas erfolgreich kaufbares. Ja, verbinden muss nicht sein gerade. Huch, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte... Oh, ganz sorry. Den Schwebestein. Das möchte ich haben. Ach, das Titan kann uns eigentlich egal sein. Davon haben wir genug. Ich möchte gerne nach Nyrtin. Und... Von da aus... Möchte ich die Pilze? Ne, will ich nicht. Hm. Dann möchte ich von hier aus gar nichts. Dann geht es weiter in die nächste Runde. Wir haben ja nichts zu tun. Außer gucken und künstliches Denken in zwei Runden. Gibt wieder ein bisschen Affinität. Wir sind so Stufe 5. Hoffe ich. Was haben wir denn jetzt dafür? Ah, sehr schön. Erstmal die Aliens angreifen. Netzwerkeinrichten fehlgeschlagen. Da ist das fehlgeschlagen. Ach komm. Dann geh halt woanders hin. Äh... Ja, aber wohin? Zodella ist schon einer. Können wir trotzdem hinweisen. Komm. Technologie stellen. Eine Runde, dann fertig. Na, hoffentlich wird das was. Du kannst ihn da angreifen. Wir haben auch bald schon die 200 Runden geschafft. So, ihr dürft euch erstmal heilen jetzt. Im Jasmischere Pulsau. Was wollte ich denn damit tun? Damit die Stadt hier oben bald gehören wird. Dann kann ich da erstmal wegschießen. Theoretisch heute ist ja hier sein. Muss es jetzt aber nicht mehr. Oder habe ich hier noch irgendwo im Jasmisch gestört? Hauptsächlich hier. Ich könnte meine Handelswege halt sehr viel kürzer machen. Hm. Aber so viel kürzer auch nicht. Ach, dann machen wir das hier oben. Ach, da sind wir nicht in der Stadt, ne? Ausholen. Aber Produktion wählen. Exodastor. Exodastor. Brauch Reinheit? Habe ich irgendwie was verpasst? Ich kann doch hier irgendwo... Emanzipationstor ist das. Okay. Das möchte ich gerne eigentlich bauen. Naja. Dann bauen wir hier... ...einen Handelskontroll. Ich stelle mir ständig welche weg. Und in der nächsten freien Stadt gibt es dann einen Bautrupp. Aber die nächste freie Stadt... ...wird wohl hier unsere neue Kolonie sein. Da kaufen wir eben Bautrupp. Oder so ähnlich. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Nein! Nein, nein, nein. Da läuft irgendwas ganz, ganz schief. Okay. Haben wir tatsächlich Stufe 6 geschafft. Wie viel Freude kann dieser neue Planet bieten, wenn ich immer nur an das denken kann, was ich zurückgelassen habe? Ich denke jeden Tag an die Erde, weil ein Wort oder Satz eine Lektion hervorruft, die ich vor langer Zeit gelernt habe und mir gibt, was ich brauche. Ach, wir haben eine wunderschöne Technologie geklaut. Wird das hier mit Reinheit sein, nicht? Ja! Kampfanzug. Servomaschinen. Die haben wir nämlich überhaupt nicht selbstständig erforscht. Erstmal Verbesserungen. Unser Kanonenboot. Gegen Land anhalten, gegen Marine, gegen Land. Oh, unser Marine kann endlich weiterentwickelt werden. Neben freundlich gesinnte Einheit. Acht Prozent pro benachbarter freundlich gesinnte Einheit. Plus 20 Prozent neben freundlich gesinnte Einheit. Tankjet. Tuckjet. 30 Prozent pro abfangen, 15 gegen Land Marine. Ja, mehr Schaden. Na, da konnten wir doch mal ein bisschen was aufwerten. Und neue Forschung. Können wir auch. Ist hier noch irgendwas, was schnell geht, vielleicht? Hm. Irgendwas, wo wir hier Vorherrschaft kriegen. Weil ich möchte noch nicht so unbedingt hier auf HIPAA Compute erforschen. Bringt uns eh nicht so viel. Geoformung. Geoformung. 40 Punkte. 25 Punkte. Was bringt uns das? 32. 40. 25. Akademie. und Rekordprojekt. Bringt Gesundheit. Hm. Das haben wir, das haben wir. Neure Labo müssen wir doch eh haben. Komm. Wir forschen auf gemeinschaftliches Denken. Handelsweg können wir sogar errichten von hier. Na dann. 8 und 10. Sehr sicher. Die nächste Einheit die Befehle brauchen. Ja, mit einer Art der Dreieinheit los ist das irgendwie ganz schön wenig. Du greifst jetzt mal bitte an. Okay, ihr greift irgendwie nicht an. Euch möchte ich gerne mal zurückfahren. Ich hab mich das Gefühl, dass das was bringt. Ihr fahrt mal wieder angreifen. Und das war's dann auch schon. Was wir hier machen können. Wir könnten kaufen. 560. Hm. Konnten wir nicht noch irgendwas stärkeres bauen? Wurde das nicht gerade freigeschaltet? Oder war das erst, wenn wir das erforschen, was wir jetzt gar nicht erforschen? Hier ist der Engel. Hier ist der Engel. Dieser Saber hier. Wo ist denn der? Da, Saber. Ach, benötigt Volksschaft Stufe 9. Ja. Nein. Haben wir nicht. Nächste Runde. Ja. Ich würde die Stadt gerne haben. Also nicht unbedingt ganz gerne. Aber. Ja. Weil er ist ja doch ein eher aggressiver Typ. Ja. Er ist also eher auf Harmonie gebürstet. w Hay'n. Da gibt's direkt auf unserer Artillerie einen. Handelseines zerstört. Handelsseines zerstört. Wuh, wuh, wuh. Oh, nö. Es stört alles. Könnte ich hier nicht mehr durch? Ich mein- Warum läuft der denn da oben lang? Das ist doch vollkommen schwachsinnig. Dass mir jetzt hier jede Handelseinheit wegstirbt. So, Fernangriff. Langsam, aber sicher, können wir sie ja runterschießen. 9, 6, 9, 8. Ein bisschen mehr Forschung brauchen wir. Wir haben noch einen Handelsgenroll. Ah, 5, 5, 6, 6. Hm. Hm. Handel mal mit unserer neuen Kolonie. Du fängst mal weiter. Du gehst mal weiter. Und du kommst hier natürlich nicht durch. Warum auch? Dann heil dich mal bitte. Produktion wählen in Gong Rängen. Was ist denn hier kurz? Die Reliquie. Na, warum nicht? Und dann direkt mal ins Kaufmenü. Eine Klinik. Pharmalabor. Und die Zellzuchtstation. Meine Güte. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Gesundheit wieder ein wenig runtergekriegt. Und bald kriegen wir auch den nächsten Wert. Leider noch nicht in der nächsten Runde. Hm. Entschuldigung. Während Zucker will ich nicht mehr in der Nähe siedeln. Ich hoffe, es zählt nicht, dass ich die Stadt einnehme. Gründen jetzt aber auch Stationen hier. 2, 5, 5, 0. Die haben ja alle richtig einen raus. Oh nein. Die Artillerie darf nicht sterben. Ihr macht erstmal gar nichts, bitte. Nichts. Du das. Hm. Hm. Aber im Moment ist das wichtiger. Du rückst da mal ein Blut vor. Und du fährst da hin. Ihr heilt euch. Hm. 3, 2, 1. Weiter geht's. Äh. Nächste und nach. Geheimoperation. Operation wählen. Noch Technologie stehlen? Warum nicht? Der ist noch unterwegs. Freie haben wir nicht mehr. Dann eben nächste Runde. Das ist auch ein ewiger Belagerungskampf her. Aber in der nächsten Runde haben wir genug Kultur. Uns fehlt ja genau eine natürlich. Ja, wirklich aufholen auf Futama tun wir nicht. Ein Friedensvertrag? Nein. Nein. Och nein. Lass doch mal meine schönen Artillerieeinheiten in Ruhe. Was haben die denn getan? Geht mal zurück. Hier macht man mit dem Ferienkampfangriff. Okay. Hier ist dann ein KND-Typ fertig. Der braucht 7 Runden. Naja. Okay. Handelskonvoi. Wenn kann ich mehr. Dann wechseln wir die Stadt. Nach. Mandira. Saira. Juan Le. Ganz zurück. Okay. Du möchtest dich jetzt wieder erholen. Wir haben einen Wert. Wo war denn was? Gesundheit durch alle Städte. Den Synergiebonus hätte ich ganz gerne. Und wir wollten ja auch auf den hier unten runter, ne? Genau. 25 Prozent weniger negative. Und boom. Plus 12 Gesundheit. 10 Produktion. 50 Prozent minus 50 Prozent Inträge. Läuft. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren. Kommentieren. Nicht vergessen. Und dann bis morgen. Tschüss. Anuhe. 8 11 06. 10 Vielen Dank.